Ich habe heute einen Termin und zwar bei der Gesundheitsberatung. Gesundheitsberatung klingt komisch, nicht? Also eins kann ich schon mal verraten, ich fahre heute nach Burg zu Doreen Kutschke. Ja und jetzt werden wir uns glaube ich erstmal kurz unterhalten, weil ich noch nicht so richtig weiß, was mich heute erwartet. Das habe ich ja schon erzählt und ich bin total gespannt. Musik Sie spürt in dem Moment Dinge, die in mir vorgehen. Sie sieht Bilder und das, was sie mir an Bildern dann eröffnet hat, das ist schon sehr prägnant. Und das berührt mich sehr, weil ich die Verbindung zu mir selber wirklich erkennen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017